Ich bin's wieder. Hello again. Ich pflege heute wieder mal meine männliche Monologkultur. 50-Stunden-Stadtführungsmarathon von 20. bis 22. Mai. Motto? Mehr, mehr VS entdecken. 2022 feiere mir ja 50 Jahre vertraglich garantierte Zuneigung. Wir Villinge, Schwenninger. Ja, so lang mögen wir uns schon, wir Villinge und Schwenningerle. Liebe Ein- und Ausheimische, ich habe beim wildsau-schweren Kreuzworträtsel vom Forstamt Villinge-Schwenninge den ersten Preis gewonnen. An Tag mit dem Vollernter durchs Revier 6, Schwenninge, Mühlhuse, Weigheim und Mabe durch Diesle. Und als Gewinner darf ich den original unverfälschten Hubert-Ganter-Gedächtnishut mit dem einklemmten Fuchsschwanz aufsetzen. Mann, Zeller Hubsiganter, dies war ein Kerle. Ein Kerle wie Iserland. Der, der hätte den Vollernter schon bestellt, obwohl es ihn noch nicht einmal gäbe hätte. Was hätte er nicht alles gemacht? Der Macher der Premium-Klasse. Er hätte versucht, aus Iser-Stadt einen Höhen-Luft-Kurort zu formen, als die Touristen der Sommerfrischler hießen und uns die Luft weggeschnappt haben. So, jetzt lasse ich das Haarwäschterle einmal an. Aua, herrlich. Mal gucken, was nachher im Revier 6 noch senkrecht steht, wenn ich fertig bin. Haa, das ist einmal eine Forst-Spezial-Maschine. Das Haarwäschterle kann ich ja Baumstämme bis zum Durchmessen von 70 cm schnappen, absägen, weiterschieben, entasten, stücken und ablegen. All inklusiv. Beim Stadtführungsmarathon wäret ihr sicherlich nicht mit dem Vollernter durchs Revier 6 diesle. Aber bestimmt sind einige am Start, die monnen, weil sie die Landliebe abonniert haben, haben das Oberförster-Diplom. Ja, fuwäge, fuwäge. Alle Stadtführungen, die findet ihr auf der Internetseite heimat, heimatstadt.de oder in den Faltblättchen, wie sie in den Stadtteilen ausliegen. Und der Buspendelverkehr ist an dem Wochenende, am Samstag und am Sonntag umsuscht. Und den Buspendel kriegt ihr in deinem Basislager. Stündlich startet jeweils eine Stadtführung in Villinge und eine in Schwenningen. Aua, nachts. Über 60 Stadtführer bieten spannende Einblicke in Themen und Orte. Besondere Bindestrichführungen verbinden die beiden Stadtbezirke V.S. Sie starten in einem Stadtbezirk und enden im jeweils anderen. Und die Teilnahme an den Führungen erfolgt auf Spendebasis und der Erlös wird gespendet. Ein eigens eingerichtetes Stadtführungsradio wird am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr auf Sendungau. Alles klärchen? Alles klar. Ich würde sagen, nichts wie hin. Wir sehen uns. Wir sehen uns.